Uuuu huuuu huuuu huu huuuu hoaaah Sie hab ja schon als Kinder gesagt, geh nicht zu weit weg von zu Hause. Doch sie ist jeden Nachmittag, der Woche ein Bild nach. Wenn sie der viel zu spät hei ist, komm, hat die Mutter gesagt, es geht nicht so. Sie hat gesagt, es tut mir leid, aber der Wind hat mich verträgt. Denn ich bin doch ein Federer im Wind, ich weiss nicht, was mich hernimmt, was Leben mir noch alles bringt. Denn ich bin doch ein Federer im Wind, mein Weg ist nicht vorbestimmt, dann geht es hin, wo die Sonne scheint. Oh 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 Das war's für heute.